Der republikanische Präsidentschaftskandidat Christie hat sich bei einem Überraschungsbesuch in der Ukraine mit Präsident Zelensky in Kiew getroffen. Zuvor hatte der US-Politiker die Stadt Butscha besucht, die ein wichtiger Schauplatz des Krieges war. Präsident Zelensky erinnerte in seiner abendlichen Videobotschaft an den Friedensplan seines Landes. Die Ukraine-Post hat eine neue Briefmarke veröffentlicht, die einen amerikanischen F-16-Kampfjet zeigt. Die Regierung in Kiew hatte diesen Jet angefordert, um sich gegen die russischen Angriffe wehren zu können.